Ey, so schlecht kann man doch nicht sein, hörn wir mal rein, Bro, alter nein, deine Quali ist halt perfekt zum Lachen, wow, ich glaub Patschlein sind deine Waffen. Bruder, du hast dein Leben verkackt und siehst erstmal unbewaffnet in die nächste Schlacht und zu der Paum, ey, dann geh heulen, so wie die klingt, wollt der damals nicht nur Tee, Leute. Es ist Obst, Muttensohn, sowas wie mich gab's nie, du bist echt da alt, sie sah ohne Sohn Darkie, man braucht nen guten Flex, um hochzufliegen und du flexst damit, du könntest Enden besiegen. Darkie ist krass, hör zu, was ich dir sage, der war sogar mal in irgendeinem Finale. Ach was, Digga, der ist doch nur top, wenn er nen Tübel wegkippt und Respekt, ey, du wurdest auf der großen Bühne gefickt. Ich sperr mein Gegner, nein, ne Thermoskanne, denn er macht auf Genie in der Lampe, hätte ich drei, bitte frei, deine Spons, bitte deinen Scheiß. Ich sperr mein Gegner, nein, ne Thermoskanne, denn er macht auf Genie in der Lampe, hätte ich drei, bitte frei, deine Spons, bitte deinen Scheiß.